ARD Text im Auftrag des ZDF 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 Können wir mal in jeder Ecke zusammen landen? Na dann hier oder? Da hin Landen zu dritt bei Harry Potter? Ja Sorry, brauchen wir die Tech Von oben kommt eine Bitch Boah Irgendwas sieht Warte, 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 nichts, nichts Achso, ja, ja Krass, das hat sich angehört Das ist wie so ein... Kommt noch einer? Habe ich? Hinter euch? Ja, 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 ja Angetaggt? Also... Angetaggt? Was noch einer? Habe ich? Ja Ja, warte, warte, sag doch einfach was Hier ist es Irgendwo bei dem Boden jetzt Bei Steady? Könnt ihr mal Steady heilen? Wir kommen noch 3.000 Gegner ungefähr Ja, ich muss das mal heilen Ja, ja, alles gut Ich glaube, das sind Open Spots, aber ich bin mir nicht ganz sicher Jawohl Das ist noch inner Ja, ja, inner ist noch Heile kurz Steady Mann! Uah! Uah! Ja! Der ist ein Gott bei mir hier Oder hat sie gleich? Sehr gut, danke! Achso, hä? Ich dachte, was das ist Oh, was du... Oh, nee! Es ist nett! Nehm ich! 위- Ey, markiert die doch nicht jetzt, Alter, weg Hä? Alter! Ja! Wirklich! Ja, das kann sie jetzt steckenlassen, Alter! Ich bin aus Versehen auf die tastiere gekommen das Das war nicht in Absicht. Guck, du Freund. Gib mal ein Küsschen! Auf die Kuppe! Krass, Alter! Fünf Kills, Mann! Heiß! Dann hab ich so oder so hoch, Mann. Außer an der Stelle, wo ich vom Bot gekillt werde. Warte! Schneidest du raus, was? Oh, Steady-Kills! Oh, Steady! Gehen wir noch einen Mini drüber, vielleicht? Ewa? Ja. Ich hab einen irgendwie. Dann gib mal Basti lieber. Hab noch nie den Dickel. Hehehe! Und Minis, Alter! Iiiiih! Heeeey! Ich dachte noch. Geh wo hin? Oh mein Gott noch. Heeeey! Ein Schießgewehr wär noch cool. Ist das ein Aragfeuer? Hier ist ein grünes, wenn du willst. Erstmal. Wir haben irgendwo ein blaues gesehen. Denny? Bei dir? Hm. Da vorne beim gelben Versteck. Ich geh durch die, äh, Tonne. Hier ist ein grünes Tag, wenn er eine braucht. Ist am Start. Oh, ich muss kurz hier die Truhe holen. Oh, ich muss kurz hier die Truhe holen. Oh, blaue. Ich versuch' nur zu überleben. Ich komm mit Dings. Äh. Äh. Was ist denn da im Haus? Krass. Hab ich. Oh Gott, da kommt noch Rena. Ach du Scheiße. Sauber. Da sind dann mindestens zwei A3 im Haus. Ach so. Alter, tot. Los. Alter. Alter, ich hab keinen einzigen Schaden bekommen. Was ist hier los? Ich hab auch nur ein bisschen bekommen. Aber ich glaube, das war selber meine eigene Rakete. Und ich hab das mit den Sch... äh, mit meinen Schatten doppelgegangen. Äh. Könnt ihr mir mal sagen, wenn ihr so eine Granat noch seht? Bitte? Ich hab alle drei geworfen gerade, sorry. Ja, aber wenn ihr... dann nix. Oh. Und kann mehr mal einer Schrott finden, wo die das Ding lassen? Nö. Aber ich kann dir welche geben. Mach schon. Nur 30 Stück. Oh nein, jetzt hab ich die SCAR wieder weggeschmissen! Ich hab's da nicht. Ich auch nicht. Ich hab nur ein Blaustrum gewehrt. Das wär einer was nicht. Warte, hier. Oh, warte. Sorry. Was war denn das? Hast du ein riesiges Magazin hier bitte? Ach so. Ich hab's mit euch in Leben ganz gut passt. Du hast einenqueteknacken mit euch ausgedrückt, wie sich das aktiviert. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so... Ach so. Och. Ach so... Och, das kleine Drif Boy hier. Wo geht's denn jetzt nochmal? Ist mit Ready Steady? Ach, das geht doch verständlicherweise, Alter. Hä, wir haben 15 gekürzt, ist doch gut. Hä, naja, mein Helikopter ist mega scheiße, Alter. Ach so. Gestern sind welche zu mir gekommen mit dem Helikopter, bin ich rausgegangen, Alter. Ja. Ach so, krämmen wir nicht zu, Dings? Was sind's wählen? Hm. Für eine Raketen? Ja, für meine Raketenwerfer. Dann lass ich sie liegen. Ich hab keine. Oh, den Helikopter werden wir gleich mal wieder nehmen, ne? Ja, das geht besser. Oh Gott, was hab ich denn jetzt? Du fliegst? Ach du Scheiße. Flieg einfach in die Zone. Ja. Und wenn Gegner kommen, nicht genau geradeaus drauf zu fliegen, weil sonst können wir vielleicht nicht treffen. Ne, dann geht aber auf eine Seite. Ja, ist doch nicht so schlimm. Dann können wir ja wechseln. Was ist mit unserem Kumpel? Ey, wie kann ich doch geradeaus fliegen? Ne, wa? Geht schon. Irgendwer wird auf uns geschossen. Noch ein anderer Heli irgendwo? Ja, hier, neben uns. Entschuldigung. Dreh dich mal so, dann schieß ich eine Rakete. Ah ne, jetzt hab ich Lust. Geht runter? Ja, ich geh auch runter. Alter, wie langsam geht der runter, man. Ich glaube, ich habe den eben 15er Headshot gegeben. Oder? Das ist zu viel. Ja, das ist zu viel. Schade, Mann. Ich habe zwei Dicke zur Reserve. Na gut. Hier sind noch Minis. Kann ich hier noch die Raketen mitnehmen? Ja, klar. Was ist denn das hier? Achso, das ist der Heli. Danny, bei dir alles gut? Ja, ja. Die Steady legt sich da alleine, glaube ich, mit dem Heli an. Genau vor uns, ja. Und hier ist hier ein Gegner. Oh, Gott. Der hat schon Hit. Okay. Ist er weg? Ist er noch ein Dicke? Hier kommt noch was. Hier ist noch einer. Oder? Ah, nee. Ist immer noch der Heli. Der die Geräusche macht, oder? Ja, siehst du, ob die Füße sind oder nicht? Stimmt. Mir ist im Video aufgefallen, dass das bei mir wieder aus ist. Wo siehst du? Gegner bei den Zelten. Weil wir sind ein ganzes Stück hinter dir. Ich habe ein Jump-Pit, wir können auch. Sind sie hinter dem Haus, oder? Ja, ein gedowned. Leider hier, Ulmer. Hinter dem Haus. Irgendwas, die Wind hier. Hinter dem Haus, hinter dem Haus. Ja, ja, bin ich da? Hab ich. Hier drinnen, der wird geheilt. Oh, fuck. Der ist an mir vorbeigelaufen. Nice. Vorsicht, ich weiß nicht, ob der... Ist er noch was? Wart zu ihr, Chef. Hier sind noch Midis. Ja, hier ist auch noch ein Mitspieler, der... Und ich habe auch Dekka, wenn du willst. Und ich habe auch Dekka, wenn du willst. Danke. Ich habe übrigens keinen Schaden bekommen. Ich auch nicht. Siehst du? Dafür ich jetzt diesmal. Hä? Hast du das Midi-Kent? Oh nee! Ja. Könnt ihr bitte die XP nehmen lassen? Das sind alles meine. Das sind alles meine. Das ist, glaube ich, für jeden separat. Doch, weil ich habe es ja gerade schon eingesammelt. Oh Mann, verpiss dich doch! Äh! So, Motherfucker, das ist alles nachladen. 20 Kill... 19 Kills, Alter. Ihr seid doch verrückte Mongos, Alter. Kannst du für den anderen Ball doch einen Dicken liegen lassen, Basti, oder was? Ja. Ready, Steady? Ja, ist es schon. Oh, ich glaube, die nächste Gegner schon gesehen. Der steht schon wieder da oben auf die Höhe. Ach, die Scheiße. Ich kann sie runterschießen. Ah, ist es nicht hoch. Lass mal kurz gucken, ob nicht hinter uns noch was entkommen könnte, oder so. Habt ihr das letzte Mal vergassen? Ja, es geht. Hier sind Bäume. Überall. Ach, drinnen und Holz. Ach, drinnen und Bäume. Oh, jetzt könnte man sie runterballern. Bäume? Hossa. Links, links, links. Wie die Links. Ach, da. Von da irgendwo kam es. Irgendwo von da. Ich weiß aber nicht genau, wo. Daddy, renn wir nicht so weit, ey. Bleib mal hier, lieber. Bleib mal hier oben auf dem Freigord. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aaaaaah. Ja. Die Raketen zurück, vorsichtig! Oh, die Snipen und Ballern-Raketen! Mit-sammeln noch ein bisschen? Wasti, kannst du mir die Raketen droppen noch? Ja, da war nur einer. Oder ich hab jedenfalls noch einer. Ja, die anderen hab ich's für mich angesagt. Wollen wir hier versuchen, da hinzukommen irgendwo? Also wir können doch nur mit einem Jump-Pet rein, ne? Oder Jump-Pet abhauen oder keine Ahnung. Ah, das sind doch... Wie viele Teams? Ja, noch zu viele da. Ich hab 82 Schuss mit einem Sturmgewehr. Da hat vielleicht noch jemand ein bisschen was? Ja. So, Mann. Danke. Jetzt müssen wir noch ein kleines Stückchen vor, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, was mach ich denn? Oh, hier ist gut. Hoff ich. Was, hier vorsichtig? Nicht so weit rein? Der kommt grad, ey, der genau aus dem Sturm. Ach, scheiße, Mann. Schieß mal nach links! Boah! Oh! Oh! Gott heilen! Und wo haben die geschossen? Oh, nee! Von hinten! Von hinten! Hinter uns! Oh, wir sind hier voll! Bleib, 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 bleib. Aber Mr. Steady ist doch hinter uns. Genau hinter uns, siehst du die Masse? Ja, ja, ich seh sie, ich seh sie, aber bleib jetzt kurz da. Von der 15? Oh, ich würd jetzt gerne da rein, ne? Oh Gott. Scheiße, ich bin down. Ich weiß nicht von wo. Hier ist doch keiner mehr, oder? Ach doch. Irgendwo steil. Da! Da! Ja, mir ist noch ein Gegner. Kann mal einer kurz? Äh, wo bist du? Hier, ich komm grad zu dir gelaufen. So. Jetzt, äh, da unten. Ich krieg ihn in die Zone? Ja. Anstatt der einfach jetzt, dass dich heilen kommt, ey. Danke, Mann. Ist auf dem Weg, glaub ich. Ja. Vor uns, genau, vor uns. Ja, ich hab's gekehren. Ja, ja, auf dem Turm da. Oh Gott. Zweiraketen hab ich noch, Alter. Heilt er dich? Ach, fuck. Ja. Oh, ne. Nein. Vielleicht in die Zone, Alter? Das wär übelst nice. Ach, heil mich doch nicht hier, Alter. Ich komm. Es ist mir egal, Alter. Ey, das kann doch nicht sein, Mann. Das sind doch zwei unterschiedliche. Ja, ähm. Basti? Kannst du schnell kommen? Basti? Hat er dich nicht geheilt? Basti? Kannst du ganz schnell kommen? Ah! Fuck. Raketenwerfer bei mir mit zwei Raketen. Dann könnte er sie tot machen. Hat er schon, hat er jetzt weggenommen. Hat er nicht. Der bei mir? Ach, scheiße. Bin hinter dir. Ey was passiert denn hier? Wo sind die jetzt? Du hast noch... Der hat noch... Der hat noch 50 Schiss... Das ist nur 50 Schiss Mit der Mini dann. Ey, sage mal! Der hat sich dann hier! AAAAAAAAHHHHHHHHHH! Jetzt ist der silken Wachbett, da. Na, wo? Nice! Alter! Ah, kein Problem, Leute, ich opfer mich.